Na toll. Und wie sagen wir jetzt, Barry, die Wahrheit? Sogar mein Herz hat ein bisschen geblutet, als er da so überglücklich stand. Naja, es ist vielleicht nicht gut, Barry glauben zu lassen, er sei ein Superheld. Aber es wird nicht schaden, solange er sich nicht in Schwierigkeiten bringt. Das Notrufsignal und los, Mädels! Oh nein, das ist der Konkommann. Der tanzt Konkomm wie bei ihr es, Konkomm. Nachdem verpasse ich gleich mal volle Kanne eine, denn... Füchte dein Klichtbürger! Super, Barry ist hier! Mach dich bereit für meine Fäuste des Zornes! Oh, Barry, nein! Wusch, 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 w Ist das nicht mein Kuchen, der gestern auf den Boden gefallen ist? Immer noch gut. Barry, als wir sagten, du wärst ein Held, da haben wir nicht gemeint, dass du ein Held bist, so wie wir. Dann bin ich doch kein Superheld. Naja, äh, noch nicht. Du brauchst nur das richtige Training, um Superheld zu werden. Hab ich nicht recht. Bloß dann sieh ihn dir an. Äh, ja, genau das habe ich gemeint. Konzentrier dich auf deinen Flow und sieh ohne zu sehen. Wie den Eimer da. Hä, wirklich? Richtig, denn nur ohne zu sehen, was du wirklich haust, kannst du wirklich richtig zuhauen. Wow, usch, usch. Ja, dem zeigst du es jetzt aber so richtig. Wow, jetzt verstehe ich, was du... Los, vermöbeln wir den Korkom an. Ha, nimm das und das und das und etwas hiervon und das und das und das und du, Bobberry, hat dich... ...hutah, in die Flucht geflogen. Ah! Da! Hä? Du meine Güte, dieser kleine Junge mit dem Eimer hat gerade Townsville gerettet. Ein Hoch auf den Eimerhelden! Ja! Eimerheld? Ha, das ist ja ein viel besserer Name als Superberry. Ab sofort nennt mich jedermann nur... Eimerheld! Eimerheld! Juhu! Eimerheld! Oh, oh! Toll! Jetzt denken alle, dass Barry ein Held ist und nicht nur Barry. Gönnt ihm doch diesen Moment. Die ganze Sache ist vermutlich bald Schnee von gestern und alles wird wieder normal. Versiegt jeden Bösewicht ganz allein, der Eimerheld, Eimerheld! Rettet den Tag, keiner hilft ihm dabei, Eimerheld, Eimerheld! Der Fräschchen, der auch für dich und mich ziehen kann, er auch nicht. So ein Held, wie er uns gefällt, der Eimerheld, Eimerheld! Wow! Bitte, Fynn! Mann, so zu tun, als wäre Barry ein Superheld, ist voll anstrengend. Ja, und er hat aufgehört, diese leckeren Pasteten und Kuchen zu backen. Oh, Bubbles, isst du die immer noch? Ja, Alter, die sind schon Wochen alt. Immer noch gut. Äh! Jetzt reicht's! Wir müssen Barry sagen, dass wir ihm die ganze Arbeit abnehmen. Nein! Denn das bricht ihm das Herz. Ach, bringt's ihm schon bei. Okay. Können wir mit dir reden? Na klar, wer auch immer ihr seid. Barry, wir sind's, die Powerpuff Girls. Was kann ich für euch tun? Soll ich vielleicht etwas weniger den Tag retten, damit ihr auch eine Chance habt? Nein! Du sollst ganz aufhören, weil wir die ganze Zeit heimlich den Tag für dich retten, damit du dich gut fühlst. Aber langsam nervt es und ich will, dass du endlich wieder Kuchen backst, denn von denen hier wird mir schlecht! Äh, 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 zu direkt. Bubbles? Oh, jetzt hab ich's kapiert. Barry, wir halten dich immer noch für was Besonderes. Ihr seid neidisch! Neidisch? Ja! Ich bin nämlich jetzt der beste Superheld in Townsville und deshalb seid ihr neidisch! Barry, wir sind nicht neidisch. Du bist... einfach kein Superheld! Ihr irrt euch! Ich bin sehr wohl ein Superheld! Und ich werde es beweisen, indem ich jetzt das mache, was die Powerpuff Girls nie schaffen werden! Spность! Gästig! Bis zum nächsten Mal.